Antenne Vorarlberg Ja hallo, ich bin Anne Madlena und ich bin heute sehr hoch oben auf der Säckelalp im Bregenzer Wald. Bei mir der Mario Muxl. Mario, wie hoch sind wir da? Da sind wir auf 7 zu 27 Meter. 1700 Meter, das ist ja recht hoch. Jawohl, ja dreht. Ja, jetzt ist ja bei euch auch Saisonende und es ist die letzte Nacht. Was tut man denn da noch so? Was gibt es noch zum tun? Ja, jetzt müssen wir einen Haag ablecken und eine Kranze richten und mögen und schüllen und alles was man braucht und den Sommer grüßt. Was ist Haag ablecken? Ja, Zäune für Räumen. Alles klar, also die ganze Züge abbauen noch? Ja, ja, richtig. Alles klar. Und die Kühe, die haben ja immer so schöne Kränzchen an und überall sind sie verziert. Wer macht das denn? Die sind ja schon fertig. Ja, klar. Und flüssige Frauen, die uns da helfen. Wunderbar. Und wie lange sind ihr denn unterwegs, wenn ihr da Ahewärts tigern? Ja, also drei Stunden ungefähr. Das geht ja. Mal mal. Und gibt es da nachher auch noch ein Festchen unten im Tal, so zum Abschluss? Mal mal, klar. Wir laufen die Touralp ab und dort kommt noch mehr Alpen und treffen sich. Und dann machen wir das ein gemütliches Tagli. Ja, wunderbar. Ich sage vielen Dank, Mario. Und guten Marsch ins Talmorgen morgen. Ja, danke.